Was ist die Frage, wie weit geht man in seinen Kriegshandlungen, wie weit geht man im Kampf um die Freiheit? Vielen Dank. Kannst du das ergänzen? Ja, das ist für mich auch dasselbe. Und zwar diese Werte, die dahinter stecken. Das hat mich sehr an die Ukraine erinnert und auch die Auseinandersetzung. Wenn alle Leute Frieden wollen, dann könnte man doch einfach sich ergeben und sagen, Hauptsache wir haben Frieden, aber es geht immer auch um Werte und was bedeutet das, wenn man sich einfach so ergibt. Und das finde ich so eine schwierige Frage, die hier angeschnitten wird, auf die ich auch keine Antwort habe. Aber das hat mich angesprochen. Dankeschön. Kannst du etwas mit diesen Aussagen anfangen? Ja, es berührt mich sehr, dass ihr das ausgesucht habt und das zeigt mir, dass es richtig war, diesen Textausschnitt zu nehmen. Denn ursprünglich hatte ich einen anderen aus dem Buch vor. Und ich habe Uwe den Text hier gezeigt und er hat dann sofort gesagt, es lohnt sich für diesen Text zu kämpfen, dass er bei uns bekannt wird. Dafür danke ich. Ich möchte schnell auf den Text beizern. Ich möchte jetzt auf den Text beizern, wenn das nicht. Ich möchte euch auf den Text beizern. Nichts.